Unsere Demokratie braucht die richtigen Instrumente, damit die Bürger herausfinden können, was sie brauchen und damit sie umsetzen können, was sie möchten. Dafür brauchen wir Volksentscheide bundes- und auch europaweit. Ich arbeite für mehr Demokratie, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist für die Menschen heutzutage, die Erfahrung zu machen, dass sie sich auch in komplexen politischen Themen eine eigene Meinung bilden können. Die direkte Demokratie fordert jeden Bürger und jede Bürgerin auf, zu einer konkreten politischen Sachfrage Position zu beziehen und Stellung einzunehmen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung, dass wir dazu in der Lage sind und in dem Sinne auch Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen können.